Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und wir sehen uns heute in einem neuen Setups. Ich bin mal gespannt, wie es euch gefällt. Deswegen schreibt es direkt in die Kommentare, ob euch das Ganze zusagt und ob wir so in Zukunft mal weiter in die Richtung gehen, auch solche Videos zu machen. Wir betrachten heute mal einen ganz bestimmten Athleten, wie er trainiert. Und vielleicht ist es sogar ein Athlet, der euch ein wenig mehr zusagt von seinen Ausformungen, von seinem Körper. Es ist kein geringer als Chris Bumstead. C-Bum, das ist ein dreifacher Mr. Olympia, der Classic. Und vor allem ist er recht berühmt dadurch geworden, nicht nur, dass er die Classic damit so vorangetrieben hat und ja, selbst fast zu einem Konkurrenten gemacht hat, der den Fleischberg Mr. Olympia irgendwann mal vielleicht ablösen könnte von der Popularität, sondern erst die Verkörperung der Classic-Physik mit seinem Körper. Das ist ein Ziel, das sicherlich wesentlich mehr da draußen, mich eingeschlossen, erreichen wollen als diese Fleischberge, die über 120 Kilo wiegen auf der Bühne. Dennoch muss man hier natürlich sagen, klar, es ist Profi-Bodybuilding und es sind auch jetzt keine Leichtgewichte und ja, das geschieht mit Zusatzmitteln. Also, das hier ist auch kein Vertreter der Naturalathleten, der Fitnessleute da draußen und so weiter. Dennoch, ich muss sagen, rein von der Motivation her, habe ich mir immer Zielkörper ausgesucht, von denen ich selbst wissen konnte, okay, die kannst du nicht einholen, wenn du nicht zu den Mitteln greifst. Aber das ist das, was ich im Kopf habe, wo ich hinkommen möchte. Und wenn ich auch nur auf halben Wege scheitere, habe ich einen tollen Körper erreicht. Nun ja, sich das Ganze anzugucken, ist die eine Sache, das Ganze zu machen eine andere. Dennoch sind das Profis und heute möchte ich mal mit euch ein wenig durchgehen, wie dieser Herr trainiert und was er dazu sagt. Da gibt es einige interessante Dinge zu sehen, vor allem auch einen sehr interessanten Trainingsplan, den wir uns jetzt mal zusammen anschauen. Und zwar hat er hier in diesem Video, das ich euch hier rausgesucht habe, Push-Pull-Legs-Explained, My Full-Workout-Programm, hat er erklärt, wie er derzeit trainiert und trainieren möchte. Hier kommen einige interessante Aussagen zustande. So sagt er zum Beispiel hier Wie er hört, dass er seit 15 Jahren im Bro-Split trainiert hat, so ganz nebenbei. Dazu möchte ich nur sagen, mit Bro-Split, das definiert er hier selber, meint er, dass man jeden Muskel einmal die Woche trainiert. Und ihr kennt das, ewiges Thema hier auf dem Kanal. Und das möchte ich euch mal wieder mitgeben als Indiz dafür, dass einer der erfolgreichsten Bodybuilder derzeit auf dem Planeten, der auch keine 130, 140 Kilogramm Fleischmassen mit sich trägt, dass der 15 Jahre lang sehr erfolgreich, auch als Naturalathlet, denn das heißt nicht, dass er 15 Jahre lang schon stofft. Auch er hat eine längere Zeit als Naturalathlet alles rausgeholt und ist ans Limit gegangen. Und ja, er sagt, dass er das 15 Jahre im Bro-Split gemacht hat. Das heißt, das, was ihr jetzt seht, das, was ihn zum Erfolg geführt hat, diese 15 Jahre, die ihn diesen Körper hauptsächlich aufgebaut haben, Kilo für Kilo, hat er aus einmal die Woche Training gezogen. Und das ist jemand, der auch eine Karriere machen wollte und darüber nachdenkt, was er tut. Und würde er das beschleunigen können, würde er es machen. Aber dennoch, wir kommen zu einem interessanten Punkt, denn jetzt mit diesem Video hat er erklärt, dass er in eine andere Routine übergehen möchte. Und zwar, weil es gerade bei YouTube hochgekommen ist, das Video ist etwas über zwei Jahre alt, möchte er mal diesen Science-Ansatz verfolgen und zweimal in der Woche trainieren. Dazu hat er sich einen Push-Pull-Leg-Workout-Split zusammengestellt und trainiert diesen ganze sechsmal die Woche. Also nur ein Tag Pause in der Woche. Und dann trainiert er jede Muskelpartie ganze zweimal. Er sagt, er macht das da quasi zum ersten Mal, so richtig ausführlich, und schwenkt jetzt drauf um und guckt mal, was es gibt. Jetzt wollen wir uns aber mal seinen Trainingsplan angucken, denn den finde ich sehr interessant. Als ich das entdeckt habe, dachte ich, okay, probiere es mal aus. Ich bin selbst Trainer und ja, auch wenn es Chris Bumstead höchstpersönlich ist, der diesen Körper hat, muss ich sagen, als Trainer habe ich sicherlich schon mehr Erfahrung als er. Aber deswegen betone ich das jetzt gerade, weil auch ich niemals auslerne, als egal wie lange ich das schon mache und professionell mache, und sehr interessiert bin, wie sowas funktioniert. Ganz nebenbei verraten, ich habe schon damit angefangen, trainiere schon so seit Garoma-Zeit und das Video wird folgen. Sollte euch so ein Video interessieren, wo ich mal darüber rede, welchen Plan ich mal ausprobiert habe und was meine Erkenntnisse daraus sind, ab in die Kommentare, ich bin gespannt davon zu hören. Nun ja, jetzt erstmal zu seinem Plan. Das Besondere an diesem Plan ist, dass er zum einen das verfolgt, was ich euch schon erklärt habe, was man macht, wenn man zweimal die Woche trainiert. Man halbiert das Volumen, man verdoppelt es nicht. Also diejenigen, die jetzt eine Workout-Routine haben in einem Dreier-Split oder Vierer-Split, das sind so die gängigsten, und damit nur einmal die Woche trainieren und immer Pause dazwischen haben, die werden ein bestimmtes Volumen haben, ein bestimmtes Volumen für den Rücken, ein bestimmtes Volumen für die Brust und so weiter. Dieses Volumen wird jetzt nicht zweimal abtrainiert, um Gottes Willen. Es wird halbiert und auf zwei Tage verteilt. Das ist der Sinn dahinter. Was man jetzt machen kann, ist, um trotzdem noch einen Reiz zu gewährleisten, ist, vielleicht nicht ganz die Hälfte zu trainieren, sondern so 60, 65 Prozent. Das heißt, zweimal 60 Prozent des Planes, den ihr jetzt macht, aber nicht viel mehr. Wir wollen nicht das Doppelte trainieren. Das hat er gemacht, aber, und das zeige ich euch jetzt hier, so sieht zum Beispiel sein Push-Tag aus. Und sehr interessant daran sind folgende Dinge, die ich festgestellt habe. Er fängt an mit ganz normalen Langhantelbankdrücken, die Königsdisziplin. Jetzt macht er danach aber eine Schulterübung direkt als zweites. Und ich dachte mir, als ich das gelesen habe, wow, der trainiert nur eine Übung für die Brust und das nur drei Sätze. Das ist interessant. Er trainiert nebenbei auch sehr schwer und er sagt folgendes über Intensität. Intensität. Intensität über alles, in meiner Meinung nach. Es ist einfach, du wirst nicht aufhören, wenn du dich selbst hart trainieren kannst und durch die Limite trainieren kannst. Trainierer harder als die letzte Mal und einfach intensiv sein. Volumen ist wichtig und nicht wichtig. Natürlich musst du in einer Größe sein, aber ich denke, dass du jeden Tag trainierst, jeden Tag, besser als trainierst du wirklich hart. Ihr seht also, das, was ich auch immer hochhalte, Intensität ist auch für ihn das absolut Wichtigste. Und vorzuziehen vor allem anderen. Hart trainieren. Und nicht, wenn man es euch erzählen möchte, dieses viele Raps in Reserve überlassen und so weiter, sondern hart bis zum Schluss. Er trainiert jeden Satz bis zum Ende. Jeden einzelnen. Und nicht nur den letzten und nicht nur einen pro Training, sondern jeden. Und versucht sich jedes Mal zu verbessern. Das bleibt bei, auch wenn er zweimal die Woche trainiert. Aber er hat es eben deutlich reduziert. Jetzt ist er schon beim Schultertraining. Aber dann sehen wir, in der dritten Übung kommt ganz plötzlich Chestflies, das heißt Fliegende, für die Brust doch wieder dazu. Und jetzt merke ich eben, das ist sehr interessant. Danach kommt wieder eine Schulterübung. Seitheben sind Lateral Races. Und der Trizeps kommt auch noch dazwischen. Das ganze Prinzip, um es euch zu verdeutlichen, was ich hier so auffällig finde, sehen wir auch am Pulltag direkt wieder. Hier haben wir den Pulltag. Und ihr seht, er fängt an mit einer Lattübung, dann eine Ruderübung, da kommen zwei Rückenübungen hintereinander, aber dann kommen auf einmal Curls, also der Bizeps. Und dann geht er wieder über zu einem Rückenteil. Und danach macht er wieder Curls. Ich verrate es euch jetzt schon, auch an dem Push-Tag 2, denn er unterscheidet das. Dieser Trainingsplan hat nicht nur einen, ihr seht es hier, Pulltag 2. Es gibt zwei verschiedene, wo er auch verschiedene Übungen einbaut. Macht auch Sinn, dann hat man ein bisschen mehr Varietät drin. Aber er zieht das fort. Das heißt, er mischt Rücken, den großen Muskel, mit Bizeps, geht dann wieder zu Rücken, Bizeps, Rücken, Bizeps. Das gleiche macht er auch am Push-Tag. Er macht so etwas wie Brust, Schultern, Trizeps, Brust, Schultern, Brust, Schultern, Trizeps. So ungefähr teilt er das Ganze auf. Das Interessante daran ist, das, was ich immer gelernt habe und natürlich auch gemacht habe, ist, dass man sich von oben nach unten runter trainiert. Das heißt, man hat eigentlich seine großen Muskelgruppen und die sind klar Priorität. Natürlich trainiere ich den Rücken, bevor ich den Bizeps trainiere. Es gibt eine Methode, die ist davon ausgenommen, das ist ein Vorerschöpfungsprinzip. Da trainiere ich den Bizeps, um ihn aus dem Rückentraining rauszunehmen. Dadurch ist der Rücken dann isolierter, der kann nicht mehr so viel Hilfe vom Bizeps bekommen und dadurch kann ich allerdings auch nur weniger Gewichte nehmen und deswegen machen selbst das viele nicht als Intensivierung. Das kann man mal ausprobieren, wenn man Schwierigkeiten hat, den Bizeps rauszuhalten. Aber ansonsten kann ich das nicht empfehlen, weil dadurch kann man auch nicht die Gewichte großartig steigern, weil man nicht alles zusammen macht und die Gewichte, ja, es geht auch sehr viel über das, was ich letzten Endes bewältigen kann mit allen Gruppen zusammen. Davon zehrt auch der Rücken. Nun ja, jetzt macht er das trotzdem, er mischt das. Welche Vorteile könnte das denn haben? Ich habe darüber nachgedacht und ganz klar ist einer der Vorteile, dass ich wesentlich frischer an jede Übung rangehe. Wenn ich dreimal für die Brust hintereinander trainiere, alle drei Übungen hintereinander mache, dann wird die Brust natürlich dauerhaft erschöpfter, erschöpfter von Satz zu Satz und damit von Übung zu Übung. Alles hintereinander, bis die Brust einfach nicht mehr kann. Ich werde immer schwächer, bis die Brust am Ende ist. Wenn ich dazwischen aber auf einmal eine andere Übung habe, was für die Beine, was für den Rücken, was für den Bizeps, Trizeps, dann kann sich die Brust ein wenig erholen und ich kann mit mehr Kraft und mehr Energie wieder an die nächste Brustübung rangehen. Verwechselt das nicht. Das heißt jetzt nicht, das ist definitiv besser und dieses Pro-Argument gilt grundsätzlich und macht das Ganze besser. Denn auch in dieser Erschöpfung ist eigentlich ja etwas, was die meisten anstreben. Viele nehmen ja sogar Intensitätstechniken, Supersätze, Dropsätze, um den Muskel noch mehr zu erschöpfen, in kurzer Zeit. Das heißt, wir wollen eigentlich sogar in möglichst kurzer Zeit den Muskel möglichst stressen. Das passiert hier natürlich nicht. Das hier ist ein etwas gegenteiliges Prinzip. Dennoch dachte ich, probiere es doch einfach mal aus. Vor allem, wenn man zweimal die Woche rangeht, verschiebt sich dieser Nachteil wieder so ein bisschen und verwässert vielleicht. Nun ja, das wäre gesagt, werdet ihr noch erfahren, weil das aktuell das ist, obwohl ich hier trainiere. Hier sehr interessant zumindest zu erfahren und mal ein anderes Prinzip. Letzten Endes geht er die Brust, die letzte Brustübung an und hat die Schultern und den Trizeps schon vorerschöpft. Interessant. Nun ja, und hören tut man doch dann mal auf einen Mann, der diese Erfolge hat. Aber auch hier bitte, denkt darüber nach. Er hat den Erfolg, aber das heißt nicht, dass nicht ein dünnerer Trainer, und davon rede ich, da rede ich gar nicht von mir, nicht trotzdem besser und weiser sein könnte oder zumindest gleichberechtigt, selbst wenn er nicht auf der Olympiabühne steht, weil er einfach nicht diesen Körper hat, weil er einfach nicht das Talent dazu hat, so zu wachsen. Deswegen unterschätzt nicht die Trainer, die anders aussehen. Nun ja, dennoch, genug hat er sich gesammelt in seinem Leben, um mal gehört zu werden. Jetzt sagt er aber auch ein paar andere interessante Sachen und da kommen wir wieder auf unsere übliche Diskussion zurück. Ihr erinnert euch, dass ich euch erzählt habe, dass er 15 Jahre lang trotzdem im Browspit trainiert hat. Und jetzt habe ich mir natürlich ganz interessiert auch seine Push, Pull und Leg Workouts angeguckt. Und wenn wir mal durch seinen Kanal scrollen, dann sehen wir hier, dass er, seitdem er das Video gemacht hat vor etwas über zwei Jahren, da ist es, dass er danach einige Videos mit Push Day, Pull Day und Leg Day gemacht hat. Das konnte man verfolgen, die habe ich mir sehr interessiert angeschaut. Und generell kann ich auch mal für diejenigen, die von euch des Englischen genug mächtig sind, empfehlen seinen Kanal anzuschauen. Er ist sehr, sehr sympathisch als Athlet und vermittelt auch einiges an Wissen und Erfahrungsschatz. Nun ja, ich habe die verfolgt und habe mir die Trainings angeguckt und ganz plötzlich sehe ich dann, dass es beginnt und hier sieht man wieder ein Arm Workout, ein Back Workout. Plötzlich höre ich nichts mehr von Push, Pull. Ich dachte gut, vielleicht erwähnt er nur den Rücken. Aber nein, auf einmal macht er ganz viele Übungen und trainiert nur den Rücken, nur die Arme. Und die Arme könnte man in diesem Trainingsplan überhaupt nicht einzeln trainieren. Und dann sieht man immer wieder Chest Workout, Back Workout und so weiter. Und das sehe ich in den nächsten zwei Jahren. Das heißt, dieses Prinzip, das er neu ausprobiert hat, scheint meines Erachtens, meiner Interpretation nach, nicht zum nötigen Erfolg geführt zu haben. Er hat dem eine Chance gegeben über einige Monate und hat gemerkt, es funktioniert nicht. Wohlgemerkt, auch da will ich euch jetzt nicht sagen, seht ihr, ich habe recht, es ist einmal die Woche. Aber auch das ist natürlich ein Indiz. Er hat das ganze Versuch, es hat nicht funktioniert. Aber auch er sagt natürlich, es muss zu einem Athleten passen. Es gibt die einen, die damit Erfolg haben und die anderen, die damit Erfolg haben. Dennoch, es ist eine weitere Stimme und ihr erinnert euch an das Video, das ich euch gezeigt habe, wo Kevin Gebhardt selbst über die Athleten spricht, die er kennt, die Trainer, die er kennt, er als Trainer, was er empfiehlt und was seine Athleten, womit die am meisten Erfolg haben. Es bleibt so, die Verteilung ist gigantisch groß und einige von euch haben ja auch gefragt, welche großen Bodybuilder trainieren denn bitte? So seltsame Frage, weil eigentlich müsste man sie umgekehrt stellen. Welcher große Bodybuilder trainiert nicht so, dass er nur einmal die Woche trainiert? Nun ja, auch er, wie gesagt, hatte eine naturale Phase, deswegen denkt jetzt nicht wieder, man kann alles auf die Stofffrage schieben, denn das ist auch das Unlogische, wenn man dann sagt, mit Stoff ist die Proteinsynthese länger, dann mag das stimmen, aber auch dann kann man ja trotzdem die Proteinsynthese nutzen, weil man ja besser regeneriert und noch mehr trainieren. Man muss zwar nicht, aber wenn ich extra Gains bekomme, und das ist ja das Hauptargument für zweimal die Woche trainieren, warum sollte ich sie verpassen? Und er ist pro, er will nichts anderes außer gut sein und die Muskelmasse aufbauen. Nun ja, das scheint nicht ganz hinzuhauen, auch bei den anderen nicht. Ich hoffe, so ein Einblick bringt euch etwas. Man schaut mal über den Tellerrand und guckt, was die ganz Großen machen. Und wenn euch solche Videos gefallen, solche Analysen, dann lasst es mich gerne auf zwei Arten wissen. Zum einen, like das Ganze hier und schreibt mir gerne Kommentare dazu. Zum anderen, könnt ihr mir auch gerne Namen oder Links schicken und sagen, bitte, schau doch mal in dieses Video rein oder schau doch mal, wie der trainiert und bring doch mal dazu einen Kommentar. Schaut dann auch über die anderen Kommentare und liked die entsprechend, denn wenn genug Leute sich für etwas gemeldet haben, mache ich das sehr gerne und damit helft ihr mir, diesen Kanal zu gestalten, wenn es euch interessiert. Da gucke ich gerne mal drüber. So, das war es jetzt erstmal von mir. Jetzt folgen wieder ein paar Videos mehr. Ich hatte eine Woche Pause, aber verzeiht es mir, das war aus gutem Grund. Wir sehen uns schon bald wieder. Macht's gut, bis bald, euer Gotti. bis bald, wiraaaaan immer. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.